Achtung Achtung jetzt wirds wieder heiß und fertig wir spielen euch wieder eine runde GTA 5 custom maps zusammen mit Maurice den man aber gerade irgendwie nicht mehr hören kann hallo fresh bist du noch da hallo hallo warum man ihn nicht mehr hören kann ist nur spaß ich weiß das ist spaßbar wahrscheinlich weiß es nicht hallo wie schlecht du Lappen Ach, come on. Easy game. Oh, deine Fack hat mich auf. Ja. Ich bin schon wieder unbewaffnet. Peace. Bye, white. Nein. Looping. Frisch hat's. Alter, ist der hart. Fuck. Der hat verkackt voll. Fuck, selbst ausgelöst. Alter, hab ich das gehabt, ey. Dass da was hochgeht. Nee, dass da was runterkommt. Ach, nice. Oh fuck, white, white, andere Richtung? Oh fuck, white, andere Richtung? Als ob du schon so weit bist. Als ob du schon so weit bist. Bin schon im Ziel. Ah, easy. First try. Woohoo! So ein dreckiger Lutscher. Freunde, immer wieder herrlich. Ich bin E.T. öfter viel, weil ich trollen kann. Muss halt auch gelernt sein, ne? Annäherungsminen können gewernt sein. Er labert hier schon wieder ein. Aber man muss so wissen, wo man die platziert, ne? Na ja, genau. Junge, was brauchst du so ein? Geil. Du dominierst, Loser Maurice? Was sagst du, was du meinst? Pass auf, wenn ich dich nicht dominiere. Aber nicht in GTA. Wahrscheinlich, oder? Ich weiß, wo du wohnst. Ja, wo? Das erfahre ich von irgendein Community-Dings, der mal ein Internet nachgelesen hat, weil deine Adresse ja mal im Internet entstand. Ich hab meine Kontakte. Ich bin Politiker, okay? Ja, das war's dann mit heutigen Folge. Nee, wir haben noch nicht mehr fun, natürlich. Das wäre auch traurig. Ja, fällt da runter. Wie bin? Wenn du so weiter machst, ja. Jetzt will er ganz lustig sein und ins Ziel auf. Freunde, wir sind bei der nächsten Map. So, willkommen zurück. Nächste Map, Parcours, number one. Gucken wir mal, was das gibt. Noch mal zu gerade, das ist ja schon öfter passiert. Echt? Ja. Haben wir schon öfter gesagt, dass er Maurice heißt? Kacke. Bist du ja wieder ganz lustig? Ja, so halb, ja. She's fresh, fresh, exciting. Die, 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 und ich flieg auf ihn drauf. Bist du runtergeflungen? Deswegen fall ich runter. So verdient einfach. Es ist einfach wieder mein Lack. Die, 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 die. Ich werde die ganze Folge singen. Oh Gott, ey. Hör auf damit. Hä, ein bisschen True Things, ein bisschen wie ist das, Junge? Wahrscheinlich, oder? I believe I can fly. Nein. Ey, das ist wieder, come on. Ich sie wieder erst, Daniel. Ja, weil du einfach nur wieder Lack. Hä? Ja. Ey, ich bin... Was? Hä? Ich höre schon wieder ziemlich viel Mimimi. Na, das war auch ein bisschen tricky, die Situation, ne? Aber ich wette, gleich kommt von dem Mimimi. Wenn ich, äh... Das ist eigentlich so sicher, wie der Darm in der Kirche ist. Ey, das ist so ein dreckiger Asiner. So, ein Asi, ich freue mich auf die... Hast du den Speed genommen, ja? Ich freue mich auf die Speeds und dann... Rip. Rip. Einfach Rip. Ampropo Rip. Wahrscheinlich am Sonntag... FIFA 19 Beerdigungstune. Nein! Hunter will nochmal gegen spielen. Hä? Hunter will nicht mehr gegen... Ich will nochmal gegen spielen. Nicht, Maurice? Wie heißt Maurice? Keine Ahnung, gegen so ein Spacko. Achso. Digga, wie ich dich... Kannst du dich noch an meine Anfangsmap erinnern? An so an meine Anfangsmaps? Keine Ahnung. Diese Röhren, wo die immer noch so uns mitfahren. Achso, kann sein. So fühle ich das hier gerade. Ich bin zu weit, ernsthaft. Oh, das ist meine Chance. Weehee. I believe I can... Ach, ich hatte Hoffnung, Alter. Und er muss nur um sich die Kraft. Muss man runter oder muss man die Rampe nehmen? Ich schaffe das? Lol. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe. Man muss die Rampe nehmen und er sagt schon wieder. Ich habe dem nicht mal zugehört. Als ob ich dir zuhöre. Digga, dieser Typ, ne? Nein! Lol. Er kommt ran. Er kommt mega ran. Ich schaffe das. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffe. Wahrscheinlich. Sag der mir einfach genau nach. Ich hätte das echt niemals gedacht. Junge, wie kann ich nur so... Skillig sein. Skillig sein. Was hast du für Kack? Ja, diesen Speed-Scheiß hier. Uh, der war nice. Uh, der war auch nice. Alter, fahre ich hier smooth durch, nur weil er wieder getunden hat. Hast du heute aber Schweres ausgesucht? Nein. Hey, da liegt schon wieder eine Annäherungsmine. Eine? Richtig als die Arte. Nichts gegen Asiaten, ich mag also. Oh, come on, das ist eine Kante. Ey, ich komme auch an, das ist eine Kante. Er ist auch gegen die Kante. Richtig genug. Junge, er liegt hier Annäherungsmine. Ah, lol, man muss da runter einfach unten langfahren. Ah, lol, man muss da runter einfach langfahren. Als ob du den Punkt hast. Ja, hab ich. Er hat den Punkt richtig, ich finde. Hat er nicht? Klar. Digga, leck mich, ich bin einfach. Ich fahre gegen die Kante. Ey, es ist einfach so. Auf Nummer sicher gehen, noch zwei Annäherungsmini hier und dann geht das mal. Das ist einfach so lächerlich, ne? Das ist aber so typisch mal ein Lack. Da liegt es halt echt Annäherungsmine. Ey, du dreckiger... Ey, ich will dran vorbeifahren, schaff's nicht. Ja, dann war mir klar, dass du das nicht hörst. Die waren so gedacht, dass man es nicht schafft, dran vorbeizuhen. Was mach ich da? Richtige Noob-Action. Digga. Ich hab gedacht, diese Looping sind mittlerweile out, dass man die ohne Speed baut. Ja, cheatet die Looping. Jetzt hast du die nicht gescheitert. Ich hab die nicht gescheitert. Nein. Hab ich echt nicht. Nein. Du musst die Looping wieder zurückfahren. Wahrscheinlich, oder? Ja, hättest du machen müssen. Na, verkackt. Du hast den nächsten Druck verkackt. Du, du. Nein. Ah, ich hab ihn noch bekommen. Oh, da ist das Ziel, da ist das Ziel. Nein. Ach so, hast du verkackt. Ah, ich hab keine Annäherungsmine mehr. Ich schade. Oh, ich war genau hinter dir. Ich war fast genau hinter dir. Ich war genau hinter dir. Ich war fast genau hinter dir. Dreckiger X21. Du bist heute einfach kein Glücksauto. War das die erste Map? Ja. Freunde, wir sehen uns gleich bei der nächsten Map. Wir haben doch die andere abgebrochen. Ach ja. Nee. Klar. Das war die zweite. Nein. Wir sind doch seitdem schon eine gefahren. Welche denn? Die davor. Welche denn? Die davor. Ja, welche? Die mit dem Auto. Guck, das ist zwei von neun. Ja, das hast du Versprechen gemacht. Das musst du auch zu deinen Schaden stecken. Freunde, da Maurice ein Penner ist, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ey, ich hab's wirklich... Ich hab's... Ey, ich hab's... Sorry. Shout-off bei, äh... Maurice, nicht fahren im Kanal vorbei und lasst einen Daumen nach unten da. Bis dahin. Sorry. Ciao. Sorry, Cha-Cha.